Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute in Seekirchen am Ballersee in Österreich in der Nähe von Salzburg und hier befindet sich auch unsere Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen. Und neben unseren normalen Bachelor- und Masterstudiengängen in Betriebswirtschaft, in Wirtschaftspsychologie und auch im Sportmanagement, haben wir seit drei Jahren begonnen, nicht-akademische Kurse, sogenannte Hochschulzertifikate oder Diplomlehrgänge anzubieten und zwar im Blended-Format. Blended-Format bedeutet, dass die Studenten für so einen Diplomlehrgang nur eine kurze Zeit hierher an die Universität kommen. Das heißt, wir haben so eingeteilt, dass es immer zehn Präsenzen sind. Zehn. Zehn Präsenzen. Und das ist immer meistens Freitag und Samstag an festen Terminen. Der ganze Kurs läuft über einen Zeitraum zwischen vier und sechs Monaten. Und die Themen, die wir anbieten, also die Diplomlehrgänge, die wir anbieten, ist jetzt zum dritten Mal schon der Online-Marketing-Manager. Wir haben begonnen 2015, 2016 und jetzt sind wir praktisch den dritten Lehrgang 2017. In diesem Kurs behandeln wir alles, was für ein strategisches Online-Marketing wichtig ist. Es ist mir auch gelungen, an die Hochschulen, an die Universität ganz, 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 ganz tolle Dozenten zu bekommen. Eine große Stütze für diesen Bereich Online-Marketing ist natürlich mein Freund Karl Graz, Markus Tandler, Philipp Roth, Thomas Sommeregger. Also ich habe ganz, 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 ganz tolle Dozenten bekommen, die mich hier unterstützen an der Privatuniversität Schloss Seeburg, so einen Kurs überhaupt ins Leben zu rufen. Der Kurs ist jetzt letzte Woche im Februar oder diese Woche im Februar gestartet mit 20 Teilnehmern. Und weil die Nachfrage so groß ist, überlegen wir gerade, ob wir nicht für 2017 im Oktober nochmal einen Kurs anbieten. Unklar ist noch, ob das hier an einem Campus hier in Seekirchen, Schloss in Wallersee, am Seekirchen stattfindet oder an unserem Campus in München. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch interessiert. Ich gebe euch nachher auch den Link, da könnt ihr euch ein bisschen über den Kurs informieren und vielleicht macht es euch Spaß und vielleicht sieht man sich ja mal hier.